Ich freue mich ganz besonders, dass wir eine Präsenzveranstaltung hier an unserer Hochschule haben mit dem Jugendforum. Das hat ja eine lange Tradition, also das 31. Jugendforum. Und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf eine spannende Tagung, auf interessante Vorträge und wünsche uns allen eine gelingende Tagung die nächsten beiden Tage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.